I don't miss I don't miss, I don't miss, I don't miss Shoot my shot, try to block, I don't miss Da muss der Kopf aus Wo lang bist du? Bei Rebels Roost Was? Rebels Roost So Rebels Roost Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war Nein, was du quicker bin Bei uns war es keine gute Idee Geht's Ich glaube, wir können nur nur im Solo und den Kindern auch Aber was, wenn ich die eigentliche über die neue Macht, also nicht mal neu Einmal Leute, Leute, Leute Leute haben uns gegenseitig gelegt Abteilung Magie nicht Die Neustadt ist dabei, oder Ne, wir müssen ein ganzes Team Aber noch ein Großteil mit dieser Schicht Das ist Schicht Ich hab schon wieder ein paar Köln gemacht 60 Neues Das ist Mein Gott, er ist so Low at, was ich nicht früh gemacht Ich hab schon Ich hab schon Ich hab schon das Noch einer Beide da haben wir Und wir sind Und wir sind Und wir sind Und wir sind Doch an Zückeli Juch 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 Das hat meine Oma um Und wir sind auf Facebook Und wir sind Pizzapopperoni 8 die hat sich an die Schilder nicht schon zu selbe und auch noch zu das ist ein Problem zu beobachten auch die Leute die Krone wird es auch der ganzen Karte angezeigt das ist ja krass aber auch alle Karten sind tot ja wir sind schon tot und er ist aber gut gewesen Leer aber ich habe mich mit dem einen selbst gleichzeitig umgebrochen um und passen in den Wachner und nicht immer gleichzeitig und es ist ja kein Bock ist halt einfach nur gleichzeitig Schnee ist nur im Prinzip der selbe Schaden beide gemacht haben und es war es ist ja genau so wie wenn du dich gegenseitig wechseln halt so hat er einfach nur gleichzeitig beide gedrückt nur aufgrund der Karte holen und erholt sich gerade bei dir mein Frieder ist echt Freddy immer Freddy Flöder Freddy warte ich komm du musst ja lieber langsam ich kenne sie alle ich habe mal mit Freddy ich hatte mal mit Freddy ähm ähm 5 41 Kills mal im Team da waren wir mit ähm ähm da noch alles die und ich und noch einer ähm ob das eine gute Idee war das weiß ich jetzt nicht kann nicht beide habe ich ich habe ihn ich bin du weißt du Freddy voll am Schießen und ich war erst mal tippy tappy auf auf TikTok ja 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 je kran ich bin das ist ja Teuer nach Zollerbieter und kommen komplett die Tick-Tipp-Löwen und dann passt das schon so klar der Karte mal ein Fahrt nun nach vorne und bekommen und zu den Augen nach dem Vater mein Löwen bestandet bekommen ich habe auch die Gäste die kleinen Löwen neulich gesendet weil er ist da bei den Linken von der Recht von dem Kronen ja mit der Wettbewerbung der RR RR mit Stuttgart Mieter heute ist das ist der Fall auf der ganz großen Karte angezeigt werden haben sie auch neu gemacht mehr kommt zurück danke die Wettbewerbung der 1 nein ich mag die neue Waffe aber scheint sie früher besser als wie jetzt ja, ich weiß, dass sie trotzdem noch ganz okay früher waren sie viel viel besser ich habe mit der Waffe auch schon mal meinen epischen Wind geholt die Waffe ist ganz okay oh, ich liebe diese Themen, ja sie sind schon ganz cool Hallo old man from the city, how are you? auch sie mit englischem Trinne nice to meet you das ist ein englisches Trinne naja was passiert TikTok ist international wenn da jemand da reinkommt der Old man from the city heißt dann gehe ich mal davon aus, es sei englisch rein auch von mir wird gefaltet echt wahr ich gebe Buschen so weiter ich gehe da jetzt geht der was böse da sind sie da sind sie da sind sie da sind sie hab direkt einen hab direkt noch einen hat noch einen hat noch einen sehr gut hab alle oder? hier ist noch einer hier ist noch einer da oben prinzuko das prinzuko nein aber er ist richtig glaube ich habe ihn minus unter 13 mit und da hat schild da oben hinter mir stehen kommen wir hinter mir stehen irgendwo oder wie nicht einer von uns beiden ja ich spam meine Bricks bei der anderen die 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 getroffen Welt wird ja nicht gern die Schilder die Autos bleibt die Kassenstatt und das auch zu kommen und mein Gott war gut gemacht und kling in der Schlechtelgegner gut geschüttelt aber auch gut darauf gibt dass man kann und danke dir Guck mal eine goldene Banane. Also ich mag es einfach rot wie sie, nur auf Sniper hab ich mittlerweile festgestellt. Ich hab ein Papa, aber mir geht dabei, danke. Ui. Let's get down, let's get down. Oh, ich brauchst du da. Gibt's da oben noch irgendwas an Loot? Braucht dir irgendwas? Braucht dir jemand irgendwas? Nö. Nö, ich brauchst nicht. Wir brauchst. Nur andere Waffen. Oh, hier ist ein Wasserbedingungsadam. Naja, kein Ding. Kein Ding für den Fink. Tatsächlich, ich hab ne ganze Armade an Waffen. Wenn du eine unbedingt haben willst, tust du gerne. Geil. Ich hab dir was hingelegt. Ich hab dir was hingelegt. Ist das ein Gegner? Ist das die Waffe? Ne, erstmal was zu trinken. Ich hab nen großen Saft dabei gehabt, aber danke. Naja, ist doch gut. Newspier, ne, erstmal mit den Weiener und Pädagogik. Dresden wir jetzt den Regentanzer. Den großen Spritzpartyser. Spritzpartyser. Spritzpartyser hat auch nicht schlecht. Wir nennen es immer Wodka. Wir nenn es Regen, 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 Trenz. also immer noch um wo ich herkomme aber das war Spritzpartie genannt vor allem die Schädigkeit der Schäfte der Schäfte der Schäfte Wasserbewegung die Lüge und die Bömer 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 wenn man ein paar Mauer gewissen hat und man viel mehr anstarten er schüttelt sich nach der Exhaustin und mit dem Tor Rundfunk und konnte sich schulden ob es lehrt und so lange macht was hat kommt mit der Schlacht der Wasserpartei und ich freue mich gar nicht so auf den Sommer den Mücken oder Bienen ich hab recht ich hab mit Bienen gesehen die war so groß er macht oben mal da war es noch alles da war es wahrscheinlich das größte ist aber aber immerhin die Bienen die Bienen und von Nissen sollen die guten Sommer scheint größer sein die Welt ist ja so er hat wenn er aufgestellt ist es sich nicht mehr nicht mehr das hat sich an die Leute da alles was sie sich verknallt ich stehe doch voll ihre Fallen werden jedes Jahr kleiner oder das ist jedes Jahr zwei Zentimeter weniger als für die Giraffe ich weiß nicht warum die Welt nicht weitergehen und so größer werden Die sind auf Testosteron! Die Biene geht erstmal ins Gym pumpen Pumpen? Nicht Pumpen Pumpen Habe ich Pumpen gesagt? Ich meine Pumpen Pimpen hast du gesagt Die sind auf Testosteron Hey, what's up, Leute? Where's my Bitches? Hey, du Biene, wie viel stemmst denn du mit deinem Stachel? 180! Und du? Nur? Nice Mh Ja, aber das ist halt voll gut, wenn man so ein Lagerfeier neben dem Wasser machen würde und die ganze Zeit dann in der Zone chillt Aber man bekommt doch Stormfish Hab ich auch vergessen Äh, müsst weiter, ja Ich bin auch jeden Tag verordnet, also Da weiß ich es natürlich Boah, früher habe ich immer 12 Stunden am Tag gespielt Du hast gar keine Zeit so lange zum Spielen Na? Na? So, bei einem von euch ist Alarm und Hund Rauchmelder Ja, bei uns Na, hör mal! Wer zündet die Küche an? Nein, das ist äh, bei uns Bei uns Bei uns, der hat immer so einen Fehlernamen Unsechzig 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 Unsechzig? Crack? No? Shit on! Geh dich löschen! Kleiner Gegner Ja, der tanzt Schlechtuner, dass du kommst Und ich bin Ich bin schließlich Bräera S. R. Na, Herr Gregorgetan Und ich bin doch irgendwie gekommen Ja, ich bin ja Ich bin jetzt nicht drüber Ja, sondern ich bin so ein an dem Weg nach Rom und was du auch vorher will haben die Werkbank die Aufwertungsteine ja obwohl ich muss erst mal gucken was aus dem aber ich bin mit dir hochgeglitscht gleichzeitig und ich! Nein! Nein! Fertig! So jetzt! Fertig! Zum Glück weiß ich nichts schlimmer ist Freddy Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester? Ja Okay Low Crack Dead Crack Dead Boah, eine mythische Low Dead Shit on Goldene Schnibbelig Schnabschnapp Oh mein Gott, Goldene Schnibbelig Schnabschnapp Boah, ich liebe Goldene Schnabschnapp Das war auch kein Seifer, das war doch ein Game mehr oder nicht? Ich hab mal Goldene Schnabschnapp Der geht noch von Goldene Schnabschnapp oder Bäumen? Schach ist schon der So Boah 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 ich hab 24 ich hab endlich mal ich hab grad drei Stück bekommen jetzt habe ich endlich mal 5 und ich habe ein paar 20 mit dem Kampel so habe ich so wenige Kälte ist mit mir haben wir wollen brauchen und auch um an die Verlegung so nicht mehr im Rennen noch ein bisschen die Marken Hä? Maud Olympus denkt, was wollen wir noch nicht? Denk alarmiert. Schwer. Ja, sorry, mir war das langweilig. Evo, Junge. Evo, wie heißt du eigentlich im Griechenland? Maurice. Maurice! Mein Freund heißt Maurice. Danke. Ich hab noch einen. Er teleporting me to him. Hab alles. Ah ne, noch einer nicht. Noch ein Frischdach ist am Leben. Nee, das ist ein Bot. Noch ein Frischdach ist am Leben. Aber da kommt ja noch Zeiss oder was? Was so bei dir ist? Ein Frischdach. Keiner von euch hat den Boss geholt und jetzt kommt der Boss gegen mich. Keiner wäre nicht hier. Ich bin da. Ich bin da, um den Loot abzuschalten nehmen. Bist du da jetzt? Ja. Der geht jetzt nicht mehr. Ich bin zu früh gekommen. Haha. Ja, das mögen Frau nicht, wenn man einmal zu früh kommt. Das ist schlecht. So. Ja. Ja. Ich hab's mir gerade. Genau. Gut, dass wir drüber geredet haben. So. Schießen mit der dame R. Hahahaha. Ähm. Nice. Gut, dass hier ganz viel Action ist gerade. Okay, erst jetzt, erst jetzt. So. So. Fertige Zeugs einfach. So. Gut, dass wir alle da sind. Krieg ich jetzt mal eine Waffe? Freddy freut sich. Ich hab auch nur die eine. Fäustchen freut mich. Ich hab nicht überhaupt eine legendäre oder mythische. Freddy freut sich. Ich hätt, äh. Meine Pump wurde mir ja weggenommen. Oder den konfisziert. Ja, meine Torwäschler Pump. So Leute. Letzten. Schaut der episch. Ey. Oh. Das ist ja auch kein Pfeil der Mischermann. Max. So macht mal Eindruck und so kann man auch mehr spielen. Tatsächlich, ja. Was hat er gemacht? Er hat Teamherz gespendet. Und er ist mitgelebt. Oh, hier. Geh, hier. Er ist mitgelebt. Das steht. Hab ihn. Mal 5. Ey, lass doch den weggehen und von da snipen oder mit der DMR oder so. Der Letzte. Das warst du doch, ne? Max. Ja. Oh, das ist mein ganz leichter. Max war richtig, oder? Gar nicht. Ja, genau. Sehr gut. Vielleicht ist er im Tresor. Dann mach ich die Gruppe jetzt wieder zu. Ich geh mal runter, ich guck mal im Tresor. Zack, 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 zack. Nein, da war ich grad, da ist keiner. Das sieht ganz gut aus, ne? Wir haben noch drei Gegner. Warte? Nein, noch einer, Freddy. Oh, Freddy. Bei mir, bei mir im Tresor, im Tresor. Sehr gut. Ja, das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Oh, wot? Let's go. 3, 6, 6, 7, 8. So. Also, nach Kronen. Emote. Ich hab, letzte Runde, da bin ich bei den 20. Bei einem epischen darf jeder natürlich das Recht, nochmal eine Runde mitzuspielen, ne? Epischer ist epischer. Es sei denn, einer sagt, ich zieh zur Runde aus und dann kann jemand anderes mitspielen. Aber ich hab ja alles. Achtung. Evo ist am übertreiben. Ich mach so ein. Ich hab gar nichts zu dem machen. Also Evo? Echt? Wegen dem wird Freddy noch reich. Ja, das wollen wir doch alle. Freddy muss nie wieder arbeiten. Eben.